auf position ok so jetzt willkommen zu einer weiteren runde spannender entfernung und right dachte sich ja das system läuft schon richtig gut da wollen wir es noch besser machen deswegen nun eine ober- und untergrenze für high elo dynamic q ja ich glaube johnny du bist ja oder eigentlich wissen wir johnny clever du hast gestern gepostet ja also im endeffekt ist der ansatz jetzt so dass man nicht mehr mit zwei kompletten liegen quasi am spiel kann also nicht mehr gold mit diamant und platte mit masters sondern nur noch mit zwei divisionen unterschied das heißt da nicht nur platte in zwei und höher ja 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 mein gold beispiel war tatsächlich schlecht gewählt und zwar aus und zwar richtig also damit 1 darf bis damit 3 zusammenspielen damit 3 wiederum bis damit 5 und so weiter und so fort master und challenger gelten auch als eine division aber deswegen könnte kutscher zum beispiel nicht mehr mit kevin spielen im moment ich glaube der ist damit 3 und ja das macht für uns das ganze natürlich noch schwerer ja vor allem also es ist quasi unmöglich jetzt in dem team vernünftig zu spielen für uns und dabei legal sich im legalen rahmen zu bewegen deswegen scrimmen wir heute im custom game gegen unsere erzfeinde und wir müssen schauen wie wir das in zukunft machen weil das ding ist ein tag jetzt vor der aufnahme oder ein abend vor der aufnahme kriegen wir das halt mit ja weil mittwoch wird immer gepatcht und wir nehmen immer mittwoch mittag auf deswegen ist es ein bisschen schwierig jetzt gerade in der aufnahmesession wir scrim jetzt und mal gucken eventuell werden wir dann irgendwie eine lücke füllen vielleicht eben mit dem team zusammen call is call aufnehmen oder so bis wir da eine lösung finden falls ihr ein dear master team seid und bock habt gegen uns zu spielen dann schreibt doch unserer twitter seite spannender inferno dass ihr bock habt und dann hätten wir euch und klären das glaube dass wir im moment die beste lösung damit ihr weiterhin ja tryhard action sehen könnt alternativ könnten wir doch einfach in der ck mitmachen weil die ist auch viermal die woche ich komme bitte johnny ja sehr gerne hätte ich diesen mittleren der skin ist so eklig was ist denn das allein die autotext die hören sich einfach an wie das ist wie so ein bisschen mit diesem märz in diesem markt mit dem laptop was das ist ja auch so ich wollte einfach nur ein bisschen der mütze ja der teleport das macht noch ruhig wölfe raptor und kommt dann noch mal ich würde ganz gern da nie hier schon hart annehmen ja es ist halt komisch dass erst team rank ausgenommen wird um dann deine mix für so krass einzudämmen vor allem dass das haben sie das ist das richtigen ja also soll dann quasi die die leute hier 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 ja ich hab kann man jetzt sondern hat einfach die verhindern dass leute in ihrer master pro mord ähnliches mit leuten die weiter unten sind oder also das halt wirklich harte views bei sich meine ich bin ja ich habe einfach in einer meiner ich habe drei master formos gebraucht der zweiten master promo konnte ich in meiner master promo mit jemanden der platten 3 war du kein flash stopp ich nicht so an sich aber eine siebte lösung dafür wäre einfach gewesen jungs wenn ihr mit leuten von unten cute kriegt ihr quasi gar keine league points und in promos kann man sich machen ich komme weil das problem weg das system ist einfach ja oder du machst halt genau die regel und wir jetzt zeit für promos wenn ich jetzt da nicht ja also es ist halt echt schwierig nachzuvollziehen wir versuchen jetzt zusammen zu reisen zumindest team rank finde ich halt wirklich schade dass es weg ist weil ich halt früher meisten müssen wir folgen müssen das ja auch ich habe früher einmal in der woche halt mit meinen realer phone gespielt und für die waren halt zwischen gold und diamant das geht halt einfach gar nicht mehr bei mir soll da ging es auch gar nicht darum eine gemeinsame elo zu haben sondern einfach das team gefühl zu haben und alle die sagen so spiel doch normals ist es halt einfach nicht dasselbe so weil entweder selbst halt nicht sehr ernst was okay ist so aber meist ist halt auch dass die gegner ist das geile gefühl hat nicht da ist ja echt schade das hat kein flash das ist ein bisschen serie spielen will dann musst du irgendwie praktischen sondern das geht halt in den wie willst du das kümmern ist halt in dem bereich übeldumm und rank ist halt übel gut für oder team bringt und das gibt es ja gar nicht mehr weder da einen weiß ja alleine als alleine als ich in gsh war war ich so da ja und ich hatte ein paar die maßnahmen auch mps team scrim ja quasi nur über über die scrim ja nicht die spielen normalerweise nur denkt das ist auf ein paar ausnahmen das ist einfach ich finde ja dein nämlich also ich mag das ja eigentlich man muss man muss halt aufpassen dass man nicht mit dem neuen mit dem neuen system verwechselt also dass man zwei rollen auswählen darf ist ja nicht direkt der nehme geht es einfach darum dass ich mit ein paar kumpel zusammen reinkommen kann wenn man nicht voll prima das macht ihr sinn so kann man was zu machen mann er macht nicht mit lang geht ich hab dann kann die engelchen ja ich habe nicht so viel schaden aber es sollte passen selber aus wie kassiopaya man das macht ja dazu noch die option machen ja ok mit können durch schreibt der kann so fressen aber wir bleiben was da dann oder kannst du die bisschen krisen der du ich geh ich bete jetzt und dann warte die mini wave kommt gerade wir warten müssen wenn ich da ist nicht kann ich okay jetzt 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 dann will das hier ist ja da haben sie mir gut gegeben jetzt habe ich euch vielleicht geht noch was ja 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 ich muss auch gleich ein bisschen so aufpassen und nein Ich move auch straight in die Mitte Hier, hier, Papi, Papi Ich hab keine Mahne, ich hab keine Mahne Ich kann blocken Das war kacke Wir haben Anivia nicht bekommen Ja das nicht, sondern wir haben gefeiert Wenn Botlane grad Base ist oder so Ich hab Base und Bart ist einfach mitgegangen Mich hat nur geärgert, dass ich Anivia nicht Direkt nach dem Ei geäht bekommen hab Dann wär sie tot Ja, kannst du unten nehmen Weil dann zock ich die PE Bart hat kein Ignite jetzt Ja ich komm unten klar Wart ist jetzt wieder Mist Der ist 6 inzwischen Alter der Dusch hat grad in der Mitte einer Tabelle den gekriegt Okay Äh Noch 6 Wir sind nach 7 schon Jo, wie hess ich mit? Wurde ich nehm Direkt? Ah ne wer wrong Die gehen zum Moment Die gehen zum Grin gewinnen Äh Tarno und ich keinen TP Hat Anivia noch TP? Jo, wahrscheinlich schon Glaub ich schon Autotacks, die sehen so dumm aus Na, lauf rein Na, na Na Alter, die hat Aber der Headshot hört sich geil an Der Headshot hört sich nicht schlecht an So Wie wie bei Gin Wir malen und nix Pew, pew Ja Das übernäuenglein Ja Aber wir können jetzt ein bisschen freezen Ich kann hier so ein bisschen tracken Ich kann mal Top Ja 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 Oh Oh Da kommt Popi Ich hab einfach auf der Stelle geflasht mit der Ich komm mal rum Aber die Keywordbox von Barz ist einfach so Ich komm jetzt hoch Ja die wollen mich da immer auf jeden Fall Ja ich kann nicht mehr Alter wo ging denn mein Flash gerade Da war auch so Jo, tschüss Ich kann mich rüber holten Nein, nein, wieso läufst du da oben lang Ja ich hab gesagt ich komm mal rum Ja ich hab gesagt ich komm mal rum Aber why Du bist doch nach vorne gekommen Ja dann sag halt nein So Ich hab nicht gehört dass du oben rum kommst aber why So schon von sich aus Das war weird Und Eine Momente in denen ich scrore nicht aufzunehmen Weil ich hätte mein Monstergehalt definitiv beim Tower Ja Das kann leider niemand nachweisen Ja Ihr müsst mir Ausreden schälen mich Ihr müsst mir einfach Wir sind ein Team hey Deswegen glauben wir uns so Jo Kamehame Was macht sie beim Backpotten? Sie spuckt einfach Kamehame was macht sie beim Backpotten? Sie spuckt einfach den Boden an Ja Ihre Waffe Guck mal wo ihre Waffe hingeht Die ist einfach weg Die löst sich einfach auf Geh den Boden Na ich Ja Man wird so ein liebens blauer Schlamm einfach What? Ja 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 Geht noch keiner einer Fuck Ja die Wart war Bots heute wieder Yo Oh Klar Da wurde er gecatcht Kucha wo bist du? Alter Jetzt mal ganz langsam ne Da wär Kucha auch gestorben Ja ich geh base Ich geh base Kucha wär das gar nicht dahin gegangen Hehehehe Ja 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 Schade Poppy Ich geh mit der gleiche all in Bart ist wieder Bot Leider mal Bleib mal nicht zu dafür da Miss Miss ja Ich bin gleich da Ronald miss Verlierst du jetzt ein bisschen was? Aber ich glaub wir kriegen ihn Okay Oh Der bau alle Schatz Ach sehr schön Auch Flash? Ja Ich glaub Ich glaub Warlords ist immer noch ziemlich nice auf Caitlyn Ich bin wieder geworden Go 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 Mit dem Head Shuttle Was gibt's vielleicht bei mir? Bart könnte Mitte move'n Ah ne der ist hier der ist hier Nice War's sehr schön Ich hab auch noch den Kielbe gekommen Das ist Das ist Einfach perfekt Ich hab auch noch Ignite Das reicht aber auch Ein schöner Rape-Tray muss ich sagen So jetzt geh ich auf weg Good Ich glaube wir können die Zweigen zwei nehmen ne? So aber bedenken Wir haben alle TP ab glaube ich Trinus 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 Pink Ward Ist am Start Ich setz ihn Geh wahrscheinlich hin Bei dem Harald Jo kannst du machen Ich brauch nur einen Pink Ward Weil sie den da irgendwann mal nehmen Problem Poppy Oh der kommt TP Ich komm nicht weg wahrscheinlich Das ist die Amiga Ne Oh sie den Unlucky game Ich hab den unteren Bot Den unteren Busch geswebt Oh die TP Ohloi Wie unlucky das hier war Lass sie catchen wenn die kommt Ich glaub nicht Der ist mega fit Lass da drauf gehen Oh hier ist ein Pink Hier ist ein Pink Fickst alleine oder? Musst du auch passen die Bot Clan kann halt move'n Der ist richtig erneuern Weil wir den 2 gegen 2 wahrscheinlich durchgarten Joa Ich bin okay Ist ja klar Ja das ist wahrscheinlich der Senseweaver Aber 2V2 sind immer noch fein Der hat halt auch gerade fein Ich hab in 12 Sekunden wiederholt Dann können wir in der Mitte sogar nochmal killen Warte das dumme gegen Lucien Sobald du einen Champion hast Der nicht ausweichen kann Der einfach R drückt bis du tot Das ist so dumm Ja da ist Poppy Ich glaube wir die tun Ja auf jeden Fall Wir wollen hier glaub ich mit Pink clear Ne die wollen den Balloon nehmen Die wollen den Balloon nehmen Ja lass die lass die Mach Ich versuch einfach Oh ok Busch mitte rein Ja hab ihn Bleib hier Bleib hier Sehr gut I'm crying Oh Da unten passiert was Ja 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 wir kommen wir kommen Ja Gib ihr Oh ne No Ich vollzeit Oh wir sind noch in strength Wir haben ein Scuttler Buff Nice Weitereich bitte Wir haben uns hier noch gelöffentlichen Sondern Hä? Ne Aber ich kich hier lang Kann sein wir es dann gleich hier verbrauchen Ich bin bei Ich bin bei Oh das ging gut aus Ja Bei Mitch ist miss Weiß nicht gut Der wird neu gestimmt Ja ja klar Mitch ist immer noch miss so Oh die macht Bart ist auch noch miss Okay Oh Die haben wir Die können nicht rein Außer da kommt wieder irgendwas Können sie nicht rein Hier hat gerade gar kein Äh wie Ja Johnny Wenn Drundle TP kommen würde Müssten wir einfach bei der Killende vorher irgendwas machen Ich glaube das hätten wir gerade auch machen sollen Und wir hätten einfach gerade reingehen sollen Jo Ne ich kenn nicht Base Ich hab Aber relativ wenig Mana Sorry Dann gehe ich jetzt zum Bluten Hoppy stow mein Bell Mal Ich glaube Bobby Da ist poppy Oh Hoppy kommt dazu Ich kann flischen Ich kann flischen Okay ich mach's blue Miss Johnna Da hättest du dich nicht so erwischen lassen dürfen Ich komm mal Toplane, Kevin Der Bart zieht hier mit Q-Outer-Tick einfach halbes Leben ab Was, was, was? Wir machen Drake Oh, nee, wer hat mit herein gepusht? So, fühl' mein Nase hochziehen, ich krieg' mich nicht gemutet irgendwie Just do it Bist du ein Laker oder bist du krank? Bist du krank, ne? Das du es, Johnny Sind alle bei dir Ich hab' ich halt normal vermuten, aber wenn ich TS nicht als Admin starte Mach's einfach so richtig schön Ey, ich komm' nochmal, Kevin Jo Ja, da hätt' die Wort, glaub' ich, ne? Ja, da hätt' die Wort, glaub' ich, ne? Ja, wahrscheinlich hat sich das gestunt Was war das denn? Das ist so ne komische Hitbox immer bei Poppys Ehe, ne? Alter, du standest hier! Jo Ich dachte, ich hätt' Lag, aber ich hab' keinen Lag Können wir? Ja, wir heilen aber Ich hab' keine O-Hit Soll' die P hin, hätt's der Hitbox, Alter Komm mal hier, ich hab' die Anime Ja, 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 ja Trunnel, Trunnel moved Ja, okay, geh' raus, geh' raus Super merkwürdig Willkommen to the League of Willkommen, der war hier? Ja Letztens anstatt das Red zu nerfen, hätten sie vielleicht einfach mal das nerfen Können wir den Contest? Ja, die Rage war ja schon Ja, 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 komm' die Contest Pass auf, pass auf Ja, ist wieder oben, letztendlich Ja, ist ein Pink Anniper war Lower and Mana Ich push' Mitte rein Nur Space Oh, wow, die bleibt stehen Wenn ich nicht gecatcht werde, dann Ich hab' auch keine Samanas grad Ah, die Poppy geht da Lass doch mal hinziehen Ja, warte, ich mach' hier kurz Ich push' noch kein Flash, ne? Ah, okay Ich bin ein bisschen doof Ah, nevermind Ich push' einfach mitte eine Wave rein Das? Das war vom Bad, oder? Ich verpasse immer noch, dass man auf Caitlyn jetzt den W-Mix, man Ohne Witz Ist schon mal ein fünftes Caitlyn-Game oder so Und ich wechsle auch noch den E Können wir oben was holen? Äh, der ist grad Base Okay Ich komm' Bot Lass Bot gehen Ne, wir sind zurück Bevor ich TP? Ich weiß, ich bin auf jeden Fall Ja, da oben zu wer noch einer Ja, das ist natürlich jetzt, äh... Hm, mein Game in dem Bot Lane komplett? Wieder... Eskaliert! Geil! 100 Gold, shit Oh, lol, what? Was denkt der denn? 100 geflasht Er pisst euch Ja, pisse euch Na klar Jawohl Oh, wieso? Nein! Why? Nein! Oh, der wollte mich wegkicken Nee, der wollte ich nur Knock up Nee Nein, nein! Knock up war schon zu lange Nein, 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 nehmt ihn! Nehmt ihn! Äh, ich warte, äh, Captain überlebt, ich opfere mich für dich! Nein! Alter! Von der Bot Lane bis hier oben alle Daumen gehandelt Ich wollte halt Kevin retten Ich dachte, er will dich nur Knock up mit der Ult Nee, da war's schon viel zu lange gemacht Ja, stimmt Aber halt mich save Alter, ich glaube... Haha, da noch Johnny Äh... Ah, das war ein Game, äh... Ah, deswegen kann man halt solche Champions wie Irelia nicht spielen, Alter Also es ist einfach Trundle und der Out-Sustain nicht alles Ich würde einfach Irelia auf Sunfire-Eisbauen, Junge Wahrscheinlich Sogar noch am besten Ja, jeder Scheiß-Chin Du kannst Any-Top-Lane mit Sunfire-Eisbauen, Alter Das ist so behindert Ja, geht Any-Top-Lane mit Sun... Nee... Doch, Mann Mit dem E... E-Max E-Max Es ist halt einfach nicht übsvoll da Aber du stellst dir das ein bisschen zu gut vor Na, Soda ist doch nicht irgendwie tiltet oder sowas Äh, Tank Any ist übel, nice, Jungs, ich sag's jetzt Alter Schlaversch Ja... Von Bot-Lane Für'n krassen Lane-Gang Den halt immer noch nicht so hat... Okay, doch jetzt inzwischen schon... Ja, 8-Klans, okay... Drip Hmm... Hmm... Bart's miss... I don't know where... Ich glaub, der hat ein bisschen Vision auf euch... Mit-Lane ist jetzt auch miss... Denke zum Blue, aber... Kann ich natürlich... Was, warte mal auf, ich hab null Vision Komm... Sticker Flash eh jetzt Das tut Are you ready? Ja Ja Du es Oh, los Ich Flash, Ult, ey Yo Ah, wir kriegen einen Tower-Jungs, das Wort Bei him, yo Du schon mal mit dem Du schon mal mit dem Du schon mal mit dem Wie passiert uns sowas? Mit dir ist ja nix Wie wär's los? Oh, klar, pisch dich Fiert Egg Also ich bin trotzdem ein Egg, ne? Ja, na klar, ich tänze nur mir rum wie so'n Pony Und er trifft den Stern Können wir mit dem was machen? Nee, das ist vorbei Ich bin ziemlich dick Okay Unruh mal Nico, vielleicht muss ich dich auch Fradinho Okay Alter, das wär so, du musst den Account machen mit Ronaldinho Und einfach die ganze Zeit nur Skillshots dodgen Nix anderes machen im Game Das mach' ich Ja, die Team Fresher langsam da Ja Äh, äh Was hat denn die Klassvollspieler mit Skillshots zu tun? Ja, warum die Nibelse Tänzer ist Ey, sich die da ein Junge Ach, da warst du nur ein Jungspund Loll, ist mir da an Ja War live dabei beim Kopfstoß Ja, das war ja schon Live dabei Das war ja schon komplett Ende Da war ja schon lange vorbei Ja, statt daneben einfach War das 2006? Ich glaub schon, ne? Ja, das war ja Niko Matarazzi Ja, Matarazzi Ja, Matarazzi Ja, Matarazzi Das Gefühl, dass der Tunnel mich eventuell Komm hoch Ich komm hoch Bisschen Kaputt macht Oh Gott Mach' ich einfach weg Mach' ich einfach weg Mach' ich weg Mach' ich weg Wo ist die Botlane? Er muss leiden Gut Aber warte, komm zu dir Yo, yo Mach' ich weg Mach' ich weg Er hat Er hat Er hat Er hat Eisbun Sunfire Endboss Aber ist schandelt Wo ist die Botlane? Das ist die Poppy, ne? Die Poppy ist der Jungler Ja, Bartold Mein Ernst, du stehst hier Wo ist die Botlane? What the fuck? Ja, das hat der gesagt, dass Bart sind ihm Das ist Bartold Joa Nicht so gut oder was würde ich sagen Ich find's geil. Also ich bin gut im Game, aber... Du kannst den Tunnel nicht annähernd wollen, wie man grad war. Ich? Ne. Der Punkt wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen, oder? Doch. Ich hör mal gleich aus, Sunfire, äh... Ja, genau. Jo. Sunfire, Iceborne. Mach einfach. Geil einfach. Da hast du nix mit falsch gemacht. Hallo Zola, ich habe gerade mit Luke of Legends angefangen. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Sunfire, Iceborne. Ich enthält es mich so hart. Wir haben letztens Dynamik gespielt und der hat einfach nix zu tun gehabt außer auf Lucian, Iceborne. Ich war legendary, Junge. Ganz zur Zeit. Ich war legendary. Ja, da waren alle useless. Ne, ich nicht. Komm, Bott. Du hast auch nicht Nami gespielt. Ja, ja. Gut, ich war Graves. Ja, ja. Ja, ja. Ey, ich war gestern ein Game. Der drin. Mach ihn nass. Ah! Können wir fighten? Können wir fighten? Können wir fighten? Ja, klar. Hinterher. Ghosties. Mach's channel. Channel, channel, channel. Oh, gute Bart, oh. Der hält ja nix aus! Oh, mein Headshot ballert ihn aber schon weg. Ne, mein Headshot macht keinen Prozentual. Nö. Oh, der hat halt irgendwie 500 Kürz gemacht oder so. 716, das ist cool. Da kam einer Niedersland. Einer Niedersland, der die Welt veränderte. Wir nehmen den Tower. Kostet, was ist volle. Und dann streuen wir Salz auf der Hasche. Boah. Weil wir Katargo jetzt... Würden wir Bärling fahren? Ne. So, Alter, ja. Ich würde das jetzt einen guten Aufschub sehen. Die halten uns mal genug. Okay, dann geh mal rein. Ich gebott den, ich gebott den. Ich gebott den, ich gebott den, ich gebott den. Alter, mit der Raptor. Das ist eine super Idee, ey. Das ist die bestehe, ey. Das ist die bestehe, ey. Easy, baby. Boah, Alter. Ich seh doch so gerade den Spell da lang fliegen. Guckst du kurz nach, was machst du oder? Wumm. Einfach blumm, bumm. So, ich nehme jetzt Botwave, Redbuff. Ich bin sogar echt nicht dünn, ne? Ich bin ziemlich dick. Okay, du bist ein richtig fettes Stück Scheiße. Ja, ich bin übelst übergewichtig. Das wär einfach die Verdeutschung wahrscheinlich so in den Patch Notes. Wenn ein Champion übergewichtig wird... Habt ihr's jetzt gelesen mit den Schlumpf-Accounts? Dann schneeballt der ziemlich hart. Dann schneeballt er. Dann noch ins Rollen gerät. Jetzt in den Patch Notes einfach... Wir haben ein Schlupfloch gestopft, in den die Schlumpf-Accounts von Diamond-Funk-Spielern. Echt? Hier, Mann. Was wird denn schon mal ein Fresh Burn? Achtung. Ah, warte. Ich kaufe einen Pink. Alter, ich bin für zwei Läwischen. Die Move-Dool in so einen Jungle gerade. Ich mach noch... Barron Allah! Hallo! Ja, Barron. Generell Pink ist aber irgendwie übel kacke. Die machen die nicht. Nee. Könnte raus. Könnte raus. Könnte raus. Könnte raus. Der ist doch gut. Ohohoho! Alter, die sind einfach zu ahead für so einen... Oh! Nee, 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 das geht doch gut aus. Klingt gut aus, ne? War ein schönes... Mach den Schlatter, mach den Schlatter! Ja. Schönes Fässchen, warte. Geil! Das sind meine Jungs. Wuh! Wie fährt der du schon? Der ist low. Oh, der ist voll ins Spiel. Und ich hab jetzt noch da noch nichts an. Ich knack' echt wie Wayne oder so. Ja, guck mal, guck mal hier, guck mal, wo geht die Waffeln? Wo geht die Waffeln? Was ist denn das? Ja, in den Fluss, Mann! Ja, beruhig dich doch mal! Mit sogar Pletscher-Effekt! Alter, ja! So, jetzt guck mal, was die macht so. Sie tanzt aber und jetzt... Bleh! Bleh! Ja, dann kauf den... Wie heißt der Scan? Alleine schon, weil... Luna... Right. Ja, eben. Die sieht aus wie Wayne oder so. Ja. Irgendwas, aber nicht... Wie eine Zyra mit Gewehr. Oder... Guck dir, wie es aussieht, wenn ich einen Headshot habe, Alter. Oder wie Zyndra einfach. Ja, ja. Oder Zyra oder so, ja. Zyra mit Gewehr. Wird das hier? So, ich hab jetzt, äh... Blue Up! Ich hab Damage, Jungs. Und dann... Baron! Oh, hier ist ein War. Ich muss der Vision dann kriegen, aber alleine geht's nicht. Bin zu Squishy. Alter. Aber eigentlich, theoretisch, dürften die mich halt echt nicht catchen, so. Das... Ich glaube, wir haben jetzt echt eine gute Chance, wenn wir weiter so fighten, zu gewinnen. Nice! Das sind wir. Das sind... Gerichtige Einstellung. Also, wenn Sola nicht tiltet, weißt du das Game echt noch gewinnen kannst. Ist so! Wenn ich in Form vorne bin, dann ist das Game noch nicht over, weil ich da nicht tilte. Ist so, ich kann... Hab ich letztens mit Denton diskutiert. Ich kann 0,5 stehen, aber solange ich 5 Farben vorne bin, ist Game noch nicht los. Aber wenn ich 5,0 stehe und 10 Farben hinten bin, ist over. Ja, mitsch übel auch cool. Klar. Wir haben halt immer noch... Wir bauen ein bisschen Kontur noch. Ja, ja. Ich stell da mal... Ich baue da mal ein paar Wards hin. Draken 1,30, das wäre der dritte. Ja, den bräuchten wir mal. Wir haben auch... Danke! Bis auf! Oh, einer, wir haben drei Flashes haben wir. Können auch Bottom-CG gehen. Hier, holten wir schon ein bisschen. Pass auf, ich habe immer noch einen Vamp-Setter, dann bin ich gut ausgestellt. Guck, wir haben einfach nur die Backport-Animation nochmal sehen. Ich kann hinter dir tippen. Könnt ihr wafen hier an der Stelle. Ja, wenn gleich die P-P kommt. Jawoll, erwischt. Schau! Ja. Brauchen Wischen, können jemand ihr im Blut-Stift reinladen? Ich glaube, wir sollten die einfach wieder gut catchen. So wie eben. Okay. Ah, ich heile mich, ich heile mich, Jungs, alles klar. Warte, ich habe System. Ja, ja, ich heile mich. Kommt zu der Bruder. Ja, ja, ich heile mich. Ja, ich heile mich. Ich heile mich, Jungs, alles klar. Boop. Ja, ich trappe einfach. Die können halt nicht pushen, wenn ich trappe. Die Traps sind aber nices. Oh. Ich könnte halt über Rhype-Burlern mit meinem Fass, ne? Ja, aber der TP dauert zu lange. Wir wollen Kernen halt von Anfang an. Ich tippe, ich tippe, ich tippe. Ja, ja, ja. Und hier wieder im Eck. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Fucking Rude, ey. Hammer. Nice. Du Frostbeats? Frostbeats? Ja, ja. Ich's geflasht. Pop, ich's geflasht. Auf Lucian, Lucian. Nice. 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 Alter, Lucian. Burn, 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 burn. A ward here. Äh, ich hab kein ward, ich hab kein ward. Ich bin pink. Alter, ich critter den Jungs für 650. Warte mal, warte mal. Keiner ward? Ne, ich hab keinen. Okay. Dann steht nicht neben der Wand, steht nicht neben der Wand. Mark, jetzt musst du proven. Zack. Ich hab das Meiden nicht geübt. Versteht ihr das? Äh, Drex? Drex? Drex, 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 Drex. Können wir Drex noch machen? Ja. Äh, ich bin jetzt ein bisschen... Ja, ich komm da. Ich will mal ein Ding, ne. Ich will mal ein Ding, ne. Ja. Ich will den noch Incent machen. Decke. Ja, vor allem zu spät. E-Cole. Aber ihr könnt's glaub ich trotzdem machen, weil die haben ja keine Wischung, glaub ich. Ja, die wissen, dass wir da sind. Ist egal. Die haben Angst, dass wir da alle sind, deswegen. Hier passt, oder? Wo hab ich 40% cooler? Achso, Baron. Ah, ne, Blubuff. Wollte dir nur das Gold geben, weißt du? Wollte dir nur das Gold geben, weißt du? Wir einfach nur schnell hier alles klären. Ja, das geh ich jetzt auf... E-Cole. Ey, irgendwie... Wenn... Nach dem Coo mixe ich immer unterbewusstes Maxen auf W und E. Das ist total dumm. E-Bringt halt überhaupt nichts zu machen. Nur der Mensch. Ne. Früher! Da ging auf der Coole drunter. Damals, vorm 2. Ja, ist so, ey. Da hat das Ding noch AD-Schaden. Auf geht's. E-Cole spielen. Ja. Ja, ja. Lass Kevin einfach splitten und, äh... Ja, aber er hat keins. Ja. Kannst du jetzt nicht zwischen den Toilern übern? Ja, ja, easy. Ja, dann gehen wir auf der Mitte, oder? Und popen dann ja trotzdem nicht so. Hopp, ja. Naja, Mitte Klinik wäre auch. Ja, dann gehen wir auf ein Wort, ne? Ja, dann gehen wir auf ein Wort, ne? Ja, ihr seid in der Mitte bleiben, hier. Ne, ja, ihr seid in der Mitte bleiben. Ne, ja, ihr seid in der Mitte bleiben. Ne, ja, an mir ran. Ja, stimmt, dass... Ich wollte dir die Klinik hier. Das ist auch ein Wort. Warte mal hin. Hast du... Hat jemand Pink für hier? Ja, dann mach ich ja ein, ja. Jo. Kremsstreifen ist aufgebaut, auf jeden Fall. Oh, almost funny. Ja, aber nie wer hat mich aufgehört. Hab dich. Uiuiui. Komm her. Komm her, komm her. Lass mich die jetzt, lass mich die jetzt! Ja, ja. Alter, ja... Alter, dein Liebchen. Alter, dein Liebchen. Alles gut, Jungs. Alter, das ist aber wieder full life, der Junge. Der ist halt nicht mal mit dir oder so, das ist ein Wemp-Scepter. Ja, und Warlords, als klar. Und du waren's, Jungs. Gut, bitte, was. Hey, jetzt, Jungs. Weil, jetzt ist das hier nur auf dem Warlords, ne? Oh, nein! Das heißt, ja, oh nein. Oder Ja, das war Free A. Ich mache, ich mache, ich mache man Frankobe hier Tiergang. was ich eben ausgespültig einfach ausgespültig mitte dafür aber wahrscheinlich der ist die misch der jungeheit hatte ich raus und ohne mich fehlt ein bisschen dps auf das lieber weg ich bin einfach ein gott wollte unser mitstreiten ja ich glaube doch kurz noch gar keine beine durchgetoppt richtig unlogisch dass ich außerhalb überhaupt laufen Das wär so ne neue Namipassive. Neue Namipassive, sie spawnt im River und kann diesen nicht verlassen. Geiler Support. Dafür sind alle ihre Speils global. Das ist klar. Ich hoffe, das Spiel zu stillen ist unrealistisch. Und dann noch mit Helikopter-Fansy. Weißt du, du kannst quasi, wenn du deine Helikopter-Erweiterung hast, brauchst du noch einen Fischtank und dann kannst du sie vom River abholen. Alter, ein Cockball mit dem Helikopter immer, ey. Und die Schweine zuckt auf der Botlane. Kannst du Bacon machen, kannst du verkaufen. Kannst du hier einen BF-Seit kaufen. Na übel, nice. So, Leute. So, mal Mitte Inip nehmen, weil wir so sexy sind. Ja, wird's auch wieder Flash. Ja, ich geh kurz base. Ja, nie wird's ganz so weh. Vor allem, ich bin superfett, ich stehe einfach 3-4. Aber ich bin da echt fett. Du hast ja fast ein Politein-Bild. Natürlich bist du nicht fett. Ja, ich hab halt auch einfach... Er ist übergewichtig, ja, ich bitte euch. Das ist da, das ist mit den Stats zu tun. Ja, komm. Einfach Mitte Inip nehmen. Wiese, Wiese. Ja gut, dann zieht nicht Bot jetzt. Hier ist ein Ward. Oh, ist ja eigentlich Latte. Latte! Latte! Na ja, wär schon ein Brau, wenn die da von hinten zippen können. Eigentlich nicht so Latte. Okay, dann klärt den. Hat jemand einen Sweeper? Ne. Achso, ja, klar. Okay. Passt auf, wenn einer gecatcht wird und dann geburstet wird... Oh, die wollen, die wollen, die wollen. Na, werden wir vorbeilaufen. 800 der Crit auf der Poppy. Okay, Bardol ist raus. Ja, Bardol ist auch mega low. Lauf. Hä? Watt wird Slowpushen jetzt? Ich komm. Ja, wir chillen einfach bis Kevin da. Ne, ne, ich komm, ich komm. Das wird jetzt riesen Wave da. Ja. Ja, mit ist auch offen endet, ne? Ja, aber in der Fall. Ja, aber in der Fall. Weck mir war ne, Stand 3,16 oder so. Fahne, Fahne, ein bisschen. Kannst du rein, lullt ihn sogar? Hullt ihn rein. Boah, Alter, genau die Nami. Warte, hier hast du noch. Ja, natürlich trifft er mich! Äh, jetzt noch Poppy? Oh, ich dachte ich ging Panther, aber Nami hat einen geholt. Äh, Achtung, ich denke nicht mehr. Okay, cool. Nö, bin ich eigentlich noch easy. Einfach beide Carries, die sind weggeschnackt. Abi OP. Ähm. Warum hast du das nicht mit Vayden geschafft? Boah, haha, einfach entspannte Journey. Uh, Benbear. Ja, der lügt dich. Jo. Ja, das muss schon, ja. Ein 4. Ja, nice. Komm, ich gebe mir noch ne Chance. Herz verdient. Ah. Wuh. Ja, geil. Alter, richtig krass zurückgespielt, ne? Ja. Und wir liegen immer noch hinten den Killsen. Ja, hatten sie im Late Game. Keine Chance. Ja, das war eine weitere spannende Empfehlung. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Tschüss. Du 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 du. Wait. Wait for it. Wait for it. What it? Oh. Geh kurz auf Toilette, ja? Wenn dir. Wenn ne Mittagspause ist, erlaubt ich mir. Trip. See ya. Töne из Toilette. Malen. Töne. 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 Töne.